Okay, Leute, ich habe mir gerade mein Video angeguckt. Ich muss mal eine Richtigstellung machen. Mir ist, ich habe eben gerade mein Video gesehen, ich musste selber dabei weinen. Ich habe mich natürlich versprochen, einmal in dem Video. Das ist mir aber vorher schon eingefallen, dass das vielleicht passiert ist in dem Video. Zu dem Europa-Video, ja? Mein Statement. Und zwar hatte ich Neuseeland gesagt in dem Video. Sorry, ich meine natürlich Venezuela. Ja, Venezuela, ja? Sorry, wie gesagt, da habe ich mich versprochen. Ich meinte natürlich Venezuela. Übrigens, Venezuela hieß es da in dem Brennpunkt, wo ich in dem Europa-Video, ja, von spreche. Venezuela war mal das größte und reichste Land Südamerikas. Also das ist krass. Und heute haben die eine dermaßen große Inflation, dass die Leute sich überhaupt nichts mehr leisten können, weil die Preise dermaßen, ja, in die Höhe gegangen sind und explodiert sind quasi. Also wie gesagt, sorry, dass ich da so einen Fehler eingebaut habe. Wie gesagt, es war Venezuela gemeint. Natürlich nicht Neuseeland. Neuseeland waren ja die Anschläge. Sorry für diesen Fehler. Okay? Wie gesagt, sorry.